Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und kurz Info und so, Gedörnse, ne? Für Prison Architekten und alle, die sich darauf wundervollerweise freuen, natürlich, zurechterweise, auf Folge Nummer 100. Ich habe hier gerade so ein klitzekleines technisches Problem, keine Sorge, kein Stress, die Folge 100 müsste eigentlich morgen Abend rauskommen, so wie das eigentlich geplant ist, also Samstagabend, das ist ja der Plan. Ich wollte nur mal kurz ein klitzekleines Update geben bezüglich dem Gedörnse. Ähm, um Folge 100 rum. Denn, äh, ihr seht hier vielleicht schon, der Desktop, also wenn ich das jetzt hier mal weg tue, tut mir leid, dass ihr euch doppelt seht, aber ich kann das jetzt gerade nicht, doch, ich kann das so machen, so, dann seht ihr euch nicht ständig, äh, beziehungsweise das Bild nicht doppelt, sagen wir es mal so. Der Punkt ist, ihr seht vielleicht schon, der Desktop hier sieht aus wie scheiße, das nicht daran, dass Windows hier gerade ein bisschen Quatsch macht. Und zwar, äh, hat sich mein liebes Windows 7, äh, auf Windows 10 updaten wollen. Ich konnte das dann in letzter Sekunde nochmal verhindern, ähm, woraufhin sich das System dann quasi, selbst resettet hat und da einen ganz schönen Haufen Software gelöscht hat, was nicht ganz so schön ist. Beispielsweise habe ich mein Schnittprogramm verloren, da unten ist nur noch die Anwendung, da kann ich jetzt draufklicken und da passiert nichts mehr, also da ist nur noch das Symbol da. Äh, Fraps ist weg, äh, Shadowplay ist, gut, das ist der Video-Grafik-Zeug, das ist da. Ähm, sag mal, wie heißt der Quatsch denn hier unten? Open Broadcaster ist Gott sei Dank noch drauf, Audacity ist nicht mehr drauf, irgendwie hat er da die Hälfte der Dateien gelöscht, die er eigentlich nicht löschen sollte, weil ich das Update auf Windows 10 abgebrochen habe, äh, war vielleicht nicht die schlaueste Idee. Okay, ähm, der Punkt ist, alle Videodateien sind da, alles kein Problem, ich muss nur jetzt heute nachts um 22.45 Uhr, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, es ist ein Traum, ähm, da habe ich das festgestellt und da habe ich den ganzen Quatsch jetzt gerade veranstaltet, ich muss jetzt mein Videoschnittprogramm wieder runterladen, äh, und auch die Adobe-Software wie Photoshop und den ganzen anderen Scheißen muss ich wieder runterladen und installieren und das kann mit meiner Internetleitung dauert das erstmal ein paar Stunden und die Installation dauert ein bisschen, dann muss ich den ganzen Schwachsinn hundertprozentig wieder komplett so einstellen, wie ich ihn eigentlich brauche und das heißt, ich gehe mal davon aus, ähm, dass das jetzt ein bisschen aufwendig wird heute Nacht und ich auch natürlich nicht die ganze Nacht daran sitzen kann, ähm, ich werde natürlich trotzdem versuchen, das alles zu fixen und natürlich erstmal die wichtigsten Sachen wieder ans Laufen zu kriegen, denn die Folge 100 von Prison-Architekten muss noch rendern, ähm, das hatte ich eigentlich gedacht, könnte der heute Nacht machen, kann er jetzt aber nicht, weil ich die Software nicht mehr habe, also ich muss jetzt hoffen, dass das auch mit den Lizenzschlüsseln wieder alles passt und nicht, dass der hier wieder irgendwas resetet hat und dass ich da den Support wieder anrufen muss und was weiß ich nicht was, äh, Software ist mein Traumgebiet, manchmal, manchmal ist der Scheiß einfach scheiße, aber, äh, das ist halt gerade momentan so und deswegen, ähm, tja, äh, ich hoffe, dass die Folge morgen rauskommt, morgen, äh, Abend um 18 Uhr pünktlich wie jede andere Prison-Architekt-Folge, wenn das nicht der Fall ist, mein ganz, ganz tiefes Entschuldigung und, äh, ne, sorry dafür, ich hab keine Ahnung, was hier momentan dazwischen kommen muss alles, damit diese Scheiß-Folge nicht rauskommt, ich wollte sie eigentlich am Montag schon releasen, jetzt ist es mittlerweile Samstag, also gleich ist Samstag, 22.47 Uhr, ne, ihr wisst Bescheid, ähm, what the fuck einfach nur, also es ist, äh, es ist ein Traum, äh, was ein Scheißdreck, deswegen nehme ich übrigens auch gerade die Stimme hier über, über OBS auf, weil ich hab keinen, keinen Audacity mehr, ich hab auch hier die ganzen Anwendungen, die ihr da seht, die sind zwar durcheinander geordnet, da kann ich aber draufklicken, wo ich möchte, ihr seht schon, zum Teil sind die, sind die, äh, Symbole verschwommen und weg und, ah, was ein Kack, es funktioniert jetzt gerade nicht mehr so ganz, ne, deswegen, ich hoffe, ich krieg das heute ans Laufen, im Notfall muss ich die Nacht dafür durchmachen, was ich aber keine große Lust zu hab, weil ich komm ja von der Arbeit, aber, ne, ihr wisst Bescheid, ich geb mein Bestes, damit die Folge morgen rauskommt, morgen Abend, vielleicht, wenn sie leicht verspätet ist, ich denke mal, ist auch kein Problem, aber, ne, nur damit ihr Bescheid wisst, ich hoffe mal, dass, äh, äh, was, was ein Scheißdreck, es ist, äh, hallo, wui, 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 okay, das verwirrt den jetzt bestimmt, so, jetzt habt ihr ein schöneres Bild, Schwarzbild ist doch auch was Schönes, also, in dem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch was und, äh, ich versuche jetzt hier mal den ganzen Quatsch wieder ans Laufen zu kriegen, ich hoffe mal, dass, ah, ne, ich hoffe mal, das klappt jetzt alles, naja, okay, also, ihr wisst Bescheid, äh, ich versuche meinen Menschen möglichstes, das jetzt hier wieder zu fixen und in den Griff zu kriegen, aber, äh, ich hoffe, dass es klappt, ich bin da sehr, ich bin optimistisch, aber, nur, falls es nicht klappt, hier ist eure Info, da, nehmt dieses 5 Minuten Infovideo mal wieder, wieder ein Ausredenvideo, es geht mir so auf den Sack, dass ich euch ständig Ausreden geben muss, warum irgendwas nicht geht, aber es geht immer irgendwas nicht, äh, äh, schon anstrengend, ne, und ich bin voll verschwitzt, weil ich hier die ganze Zeit unter dem Scheiß Tisch hin und her gekrabbelt bin, weil ich hier, äh, Kabel verlegen musste, aber egal, so, jetzt ist aber Schluss, sonst braucht der Scheiß wieder zwei Stunden zum Hochladen. Wir sehen uns morgen bei City Skylines, das ist schon hochgeladen, das ist nicht das Problem, nur, ne, Prison Architekt Folge 100, die Vorfreude wird immer größer, ich weiß, also, ne, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns, tschüss. Wir sehen uns, tschüss, 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 tschüss. Tschüss. Tschüss.